Ja, heftiger Shit, guckt euch das an. Das sieht so krass aus. Alter. Alter. Wir sind so am Arsch. So, this is the way. Oh, scheiße. Oh, nicht cool. Nicht cool. Nicht cool. Bist du tot? Ah, sieht so aus. Das finde ich nicht schlecht. So, jetzt kann ich bloß hoffen, dass da nicht so ein Infekt da irgendwie drüben einschlägt und sagt Hallo. Oh, oh. Na, wer riecht auch ein Hinterhal... Stalker. Hallo, ihr Kleinen. Da liegt eine Menge Plasma-Energie so einfach rum. So, wenn ich mir die Stäbe hinten angucke... Shit. so kann sagen wenn ich die behindern gucken sieht das schon nach hinterhalt aus aber ja ihr seid ja jetzt und ihr seid jetzt auch schon ein bisschen mit dabei in dem let's play ihr richtig falle ebenfalls wie ich so zack haben wir sauber dann gehen wir mal weiter reload ok Ah, shit. So, zack, auch diese Tür wurde schnell geknackt. Genau. Okay, so ist auch bloß die eine. Scheiß Stalker. Ich hasse sie so sehr. Ah, so ein Spuckerig. Ja, nämlich Wehren mit diesem Stiefel. Stiefelt ihn. So, kommt mal her, Freunde. Zeit, jemanden zu stiefeln. Oh. Kann ich dich stiefeln? Ich stiefel dich. Gibt es? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Schade. 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 Man kann niemanden stiefeln. Das kommt jetzt vielleicht auch wenig überraschend. Oh, shit, oh, shit. Ah, den habe ich nie gesehen. Den habe ich nie gesehen. Waren die Augen wieder größer. Der stiefel wie nur, wie ihr hier Loot im Kopf gehabt habt. So. Schnell reloaden, das Ding. und zeichnen wir mal mein Menü. So, zack. Plasma-Energie und Star-Sepack konnten wir noch mitnehmen. Können wir denn von hier drüben irgendwas rüberzahren? Ja. Oh, geil. Energie-Knoten. Das ist natürlich, das ist doch geil. Schön. Okay, gut. Dann rücken wir weiter vor. Klatsch, klatsch. Das ist auch noch ein Knötchen. Super. Das nehmen wir natürlich gerne mit. Was ist das? Können wir das nehmen? Nein, das ist nur ein blinkendes Licht. Irgendwo. Irgendwo. Was ist denn los jetzt hier? Haben wir bestimmt nicht jetzt die Dinger hier oder was? Na, ich geh' ab. Können wir uns immer noch nicht nehmen? Können wir irgendwas rausschmeißen? Ja, definitiv. Star-Sepack. Oh je, können wir nicht rennen. Können wir so... Okay. Ja, da hätten wir das Star-Sepack gar nicht rausschmeißen müssen. Aber wer weiß denn schon, dass da ein Shop ist? Warte, da hast du. Neues, neues, neues. So, jetzt holen wir uns natürlich nochmal schnell das Star-Sepack hier. So, in der Hoffnung, das auch mal benutzen zu können. Und hinter Tür Nummer 3 ist... Alter, wo sind sie? Oh, dahin kommt einer. Der Boy ist flink, Junge. Der Boy ist flink. Oh Gott, Alter. Jetzt bin ich ja mitten hier im Abbaugebiet. Ganz toll. Ganz schau... Da, wo ich nicht hin wollte. Kohle. Und... Projektier-Munition. So, was haben wir denn hier? Was? Hier kommen wir nicht rein, weil... Nix ist Strom. Nix hier ist Strom, hä? Wir haben mal ein Health-Pack. So, wo haben wir denn die Dropse? Wir müssen noch irgendwo... Wahrscheinlich irgendwo ein Batterie... Wo? Wie? Da drüben? Irgendwo? Wo denn? Wo ist er? Das ist so krass, wie schnell die Schwarzen sind. Also. Die Schwarzen Necromorphs hier. Nicht, dass sie hier aus dem Kontext zerrissen wurden. Ich meine, mal ein bisschen aufpassen. So, okay, gut. Dann gehen wir mal runter. Vielleicht finden wir unten irgendwie eine Art Schlüssel-Item oder... Okay. Das war er aber noch nicht. Das war er. Aber ich glaube, das war's noch nicht, oder? Kann das sein? Irgendwas... Da drüben und über uns ein kleiner Scheißer. Okay. 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 Oh, shit. Oh, shit. Der Thutman ist... Nah. Come to me. Okay. Geöffnet. Mal auf das Ding. Schön. Das nehmen wir. Und warte mal. Ich habe doch irgendwo gerade noch eins. Äh. Da immer noch welche. Was ist denn los mit euch? Deine Trose ist Todessehnsucht, oder wie? So, hier haben wir nämlich eins. Okay, haben wir schnell hier erstmal die Boxen looten. Wovon der Shit losgeht. Und der Shit wird los. Er wird losgehen. Er wird sowas von losgehen. Oh, second one. Nein. Okay. Den haben wir, den haben wir. So, dann... Okay, wahrscheinlich halt, wenn der Strom angeht. Aber wir haben schon mal Licht. Das ist schon mal nicht schlecht. Korrigiere, halt ein Licht. Okay. Okay, okay, okay. Ganz cool bleiben, Mann. Cool bleiben. Nice. Die blöden Beamen ist wieder. Oh, 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 oh. Nein, möchte nicht mit dir spielen. Geh weg. Okay. 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 Da kommt auch mal einer. Die sind so scheißschnell. Die sind so scheißschnell. So, okay. Na dann. Nichts wie Weg. Nicht mehr nachladen. Man weiß ja nie. So, warte mal. Ich hab... Hä? Ach so, der hängt einfach bloß nach unten. Zup, zup. So, der Fahrstuhl ging einfach bloß runter. Ich verstehe. Da drüben sind wir reingekommen. Okay. Alles klar. Na dann. Folgen wir... der Wegbeschreibung. Aha. Oh, shit. Oh, shit. Alter, was geht denn mit dem... Was geht denn mit dem Strauss ab? Krass. Hat hier erst mal ein Auge rausgedockt. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Vielen Dank.